malzeit freunde und willkommen zurück zu einer neuen folge battlefield 1 wir spielen dort weiter wo wir das letzte mal aufgehört haben und zwar hier an dieser wunderschönen mühle an einem morgen kurz vor einem dorf wo uns eigentlich die panzer erwarten sollen die uns gehören aber nein es waren die panzer des feindes und zwar der deutschen deswegen werde ich mich jetzt hier erst mal auf diesen ausguck begeben und die lage checken wie ein richtiger kleiner soldat was liegt denn hier so rum floyd grüß dich nice okay so was ist das das sieht doch schon mal gut aus waffenkiste mit schalldämpfer was habe ich denn hier so im angebot ja die ist eigentlich nice was ist denn hier vier hier stationieren da hätte ich eigentlich schon lieber das sniper für ne aber moment ich glaube diese hier ist ein bisschen schlechter nee diese hier ist ein bisschen schlechter so dann nehme ich mal hier die sniper oh yes lma alles klar so und so da oben kann ich jetzt hochgehen benutze das zweiwein das habe ich auf 1 nicht wahr um deine zielgenauigkeit zu erhöhen da stand gerade wie ich das mache ne super ich hab's nicht mitgekriegt kuh benutze ein fernglas hat er gerade auf den gezeigt ich fasse es nicht shit jetzt haben sie mich entdeckt das sollte anders laufen ich habe nur noch zehn schuss so geht doch meine güte das war jetzt eigentlich gar nicht mal verkehrt hat zwar fast meine ganze munition verbraucht aber super vielleicht bin ich hier unten ja noch mal einen kleinen nachschlag ne da kann ich nur zu meinem alten gewehr wechseln gut die sonne geht auf die leichen gehen unter und wir können an unsere panzer drankommen hoffentlich was ist das hier gibt es anscheinend munition oder was ist das ne möchte ich nicht ne möchte ich nicht ne möchte ich nicht hallo möchte ich auch nicht auch guck hier ist das feuerchen noch an schön zwei bein aufstellen auf y alles klar cool okay das kann ich also nur indem ich mich dann dort auf den boden lege dann mache ich das mal hier wow sieht echt mega geil aus ähm ja da unten oh daneben oh daneben da ist einer hab ich ihn erwischt aber das gras ist im weg ey oh ich muss ich vergesse das immer nachzuladen und ich muss echt übel viel vorhalten so richtig erwischen tue ich die nicht boah auf jeden fall neue munition so wird das nichts was sehen los achso hier ist ein kleiner weg na toll den hätte ich mal von anfang an sehen müssen ich hab absolut keine ahnung aha den ersten hab ich erwischt nachladen aber ich hab nur noch einen schuss uuuu pfff alles klar ja gut hua komm stehst du auf wollen sie dir mit einem granatenwerfer eieieiei wo kommt denn der her ist das ne oh krass da unten ist auch eine daneben ja gut dann geh ich einfach mal in den wow bin ich einmal stehen geblieben komm schon jo so mal gucken ob ich hier irgendwas finde vielleicht finde ich ja nochmal die gleiche waffe mit der dementsprechenden munition natürlich nicht aber ich geh mal hoch uh ob das so gut war irgendwann muss ich halt mal treffen mit meiner schaufel ist echt mies das ganze türmchen ist im arsch sprachs und wurde zerdeppert okay cool dann lauf ich mal einfach wieder da hoch und versuche irgendwie von dort noch munition zu kriegen ich glaub zwar nicht dass das klappt aber da vorne lag auch noch ein anderes gewehr ja komm dann halt so wenigstens munition wir gehen jetzt einfach mal von einer anderen seite an die ganze sache dran und schauen ob wir so irgendwas erreichen was ist das was ist das okay das war der erste ich bin gespannt ob ich jetzt von hier irgendwas erreichen kann vielleicht liegt hier oben noch ein Sniper aber gesehen hat mich noch keiner aber der aber der Alarm ist an ich bin gespannt da du hast das du kannst du keine ne 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 1 von 5 Okay Wo bist du? Wo bist du? Ich geh mal einfach runter und versuche ihn auszutricksen Wahrscheinlich krieg ich jetzt direkt einen Schuss in den Nacken Boah Ins Gesicht, würde ich mal sagen Oh Ich weiß nicht Was ist denn das für ein Ding? Ach so, eins Nee, 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 nee Eine Shotgun wollen wir nicht Also auf der Karte Werden mir keine Gegner angezeigt Er hat auf jeden Fall auch noch eine Knarre Hm Oh, da ist noch einer Zwei, drei, alles klar Das geht, ey Wo ist der andere Typ hingerannt? Da hinten Oh da Genau auf den Körperziele wird das nichts Da muss ich auch wahrscheinlich unendlich vorhalten Auf diese Entfernung So, was ist denn hier jetzt los? Da müsste doch eigentlich noch jede Menge abgehen, oder nicht? Komm, ich laufe mal hier zu dieser kleinen Farm hin Okay Hier scheine ich vor, er ist sicher zu sein Ey, treff bitte Das ist ja übel Stirb Wer hat das gesagt? Du? Nice Oh, mit einer kleinen Gun So, wir gehen mal wieder hier weiter Im Kreis Und Da ist er Zwei Das war Nummer 1 Er ist gewarnt Komm, ich laufe wieder zurück Das wird mir zu heiß hier vorne Okay, gut Ich hab's gesehen Wow Aber mich hat jemand gesehen Anscheinend Komm schon Wo bist denn du jetzt? Ah, ich glaube aber So langsam bin ich Schon so ein bisschen im Spiel angekommen Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie Von hinten entstochen werde So, in diese Richtung muss ich noch Den anderen Lurch erledigen Ich hab nicht mehr viel Ja, ich glaube mit der Mit der Sniper werde ich hier wohl Recht wenig anfangen können Im weiteren Spielverlauf Ja, das heißt Kann man so nicht sagen Aber In dieser Szene hier wird's mir echt wenig nützen Dann nehm ich doch lieber diese Die Munition von diesem Gewehr hier Ich seh nichts Wow, ist das dunkel hier Ich dachte gerade, der Zaun Okay Was ist das denn? Ist das einer? Was ist das? Ist das ein Pferd? Scheint so Das ist ein Pferd Alles klar Ich lade mal nach Das Pferd werde ich mir gleich erfüllen Auf jeden Fall natzen Shit Oh, ich muss da auf jeden Fall hoch Ohne, dass sie mich kriegen Nice So voll die krasse Flucht zur Windmühle Oh, shit Ins Kampfgebiet Oh, Mann Leute Wo seid ihr? Da Da ist das Pferd Das ist er der Wichser, der mich die ganze Zeit Jawohl Scheiße Shit Der muss weg Der muss weg Es geht Keine Munition Oh, Mann, ey Warum habe ich denn hier keine Moon mehr? Mann, 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 Mann Verfolgt er mich noch? Alles klar Okay, das ist fast witzig Aber egal, gut Wir gehen einfach mal weiter Dann schauen wir mal, was ich hier gleich so tauschen kann Waffentechnisch Hier vorne ist auch schon Direkt was Komm, hier E So So So, ist der kleine Boy jetzt hier noch? Hier oder? Hallo Danke Hallo 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 Ey Oh, okay, gut Ich hoffe, das war die eine Lehre Ich gehe jetzt wieder zurück Ne, Moment Da muss ich hin Da blinkt es Hat es gerade aufgehört zu blinken? Was? Okay, gut Hätten wir das auch geregelt Mit dem Nahkampf Pff Ich habe ja gerade fünfmal ins Gesicht geschossen Aber gut Da sind wir dann Hallo Jetzt blinkt es da wieder Ey, ich schieße dir ins Gesicht, Bruder Immer gleich beleidigen müssen Nein, nein, nein So Was? Was zur Hölle Ist hier überhaupt Phase? Was ist das? Artillerie? Okay Das Ding hier ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt Wohingegen das hier keine Munition hat Gut Dann nehme ich mir mal den Kollegen hier mit Gut Gut Geist, ist krank gepanzert Jetzt blinkt es wieder da unten Also Im Endeffekt habe ich echt gar keinen Plan Was ich hier machen muss Gucken wir jetzt einfach mal das Pferd Säbel ziehen Nice Okay, krass Das erste Mal auf einem Pferd Zoom Toll Dead Massive Zoom Hier war ich eben Okay Das war der erste Motor Den ich gesehen habe Da muss ich jetzt davon einfach nur noch mehrere finden Die Dinger da raus holen Okay Das Pferd rennt einfach da durch Es hat Bock Das Pferd Aber nur Manchmal So, wo sind denn hier andere Motorblöcke? Wo sind hier andere Motorblöcke? Hier Komm Bleib mal stehen Ausgeschlachteter Motor gesichert Und da wäre unsere nächste Zündkerze Halbzeit Halbzeit heißt, wir brauchen noch zwei Es düngt mich das hier vorne in dem Naja, vielleicht nicht Ich glaube, die sind ein bisschen offensichtlicher, diese Motorteile Da vorne hängt nämlich noch einer Oh, komm Pferd, Alter Ey Pferd Dankeschön Ausgeschlachteter Motor gesichtet So, und dann fehlt uns noch einer So, und das wird mich jetzt nicht wundern, wenn der hier irgendwie versteckt ist Ich gehe mal nach da oben Obwohl, ne, da war ich ja eben schon, da geht es ja gar nicht lang Ja, wie gesagt, eventuell in dem Gehöft Ich gehe mal hier so rechts Hängt er da noch? Yo Nice So, da hätten wir doch schon alle vier Teile Okay, ich habe alle Schnell zurück zu Bess Schnibbel die Dibbel So Neues Einsatzziel Kehre zu Black Bess zurück Klar, kann ich machen Auf meinem kleinen Pferdchen Baut mal, wie dreckig Ich bin, das ist ja, das ist ja, das ist ja Und schwupp Einsteig in den Panzer F Was geht? Krasse Nummer Bin kurz vom Weg abgekommen Hier gibt's auch gar keinen richtigen Weg Wir finden einen Du bist der Fahrer Okidok Gute Arbeit, Jungs Ja Wir waren nicht schlecht, oder? Ei Das ist ja, das ist die Letzte gewesen Werfen wir sie ab Ich habe alles richtig gemacht Wirklich alles Mein ganzes scheiß Leben lang Ich habe immer alle strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht Dem verdammten Handbuch Was ist nur los mit dir? Du dämliche Du dämliche Scheiß-Katrix-Maschine Ach komm schon Komm Bess, na los Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir Verdammte Scheiße Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kampf Alles klar Alles klar da unten. In Ordnung, Jungs. Gut festhalten. Es geht los. Drücken wir das Dorf bei Oh, noch vor. Sachte, Leute. Wir sind jetzt tief im Jerry-Gebiet. Und wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Lasst mir nicht aufmuntern. Leute, wir haben so lange zusammengehalten. Lasst uns das nicht kaputt machen. Die alte Bess hat uns so weit gebracht. Und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. Na klar. Ich soll jetzt durch das Dorf fahren, was? Naja, gut. Ich bin gespannt, wie es wird. Ob das was wird oder ob wir hier noch Gegner an den Start kriegen. Es sieht sehr leer aus. Hab ich leer gesagt. Oh, Panzer. Panzer. Ein leichter Panzer. Halte den Kurs. Wir haben den kleinen Bastard. Wow, überall Granaten, Alter. Wie krass. Granate. Wow. So. Granate. Shit, 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 shit. Ich muss durch das Dorf, haben sie gesagt. Da oben hin, oder was? Wow. Ich versuche, hinter sie zu kommen. Da ist die Panzerung schwächer. Ja, bin ich doch schon. Bin ich doch schon. Oh, fuck. Und jetzt wagt er so. Reparieren. Mal gucken, ob ich es hin kriege. Codex, Eintrag, freigeschaltet. Beutepanzer. Alles klar. Und wo hat denn da gerade der Panzer geschossen? Oh. Fuck. Hab ich ihn gekriegt? Ich muss erst einmal reparieren. Geht nicht anders. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Ah, er hat mich gleich. Er hat mich gleich. Das war scheiße. Bereit halten. Ich muss vielleicht anhalten und reparieren. Und doch, ich bleibe schneller an den Schaden ran. Wow. Boah, das war close, alter Schwede. Das war mal richtig close. Komm, ich kriege gerade mal schnell raus. So, schnell, 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 schnell. Alles klar. Und wieder los. Ähm, wo muss ich denn jetzt hin? Hier links, ne? Da, loskommt schon. Einsatz abgeschlossen. Auf der anderen Seite dieser Anhöhe ist ein Zugdepot. Wir wollen die Ausflase direkt dahinter. Von. Wohlen auf vor. Okay. Zum Zugdepot. Auf zum Zugdepot. Geht schon wieder übelst dunkel hier drin. Was ist das denn? Das ist ein Sammelpunkt. Sie wollen komplett zurückerobern. Also fahren wir direkt durch. Überlassen wir Ihnen die Überraschung am Treffpunkt? Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Na, ich scheine ihn aber eigentlich ganz gut zu treffen. Gleich müsste er aber eigentlich auch mal schießen. Oder ist er schon down? Ich schieße lieber nochmal drauf. Jetzt ist er down. Krass. Konnte er mich nicht treffen oder was war da los? What is, what is happening gewesen? Flumpp. Oh, dieses Geräusch, ey. Was geht mit ihm? Will er da gerade schießen oder was? Kann nicht sein. Fünf. Okay, da ist ein kleiner Panzer. Ja, von vorne. Kannst du schießen, solange wie du willst, mein Freund. Mach ich. Kann ich den Panzer nicht überpanzern? Hat er mir gerade versucht, auf den Latz zu hauen. So, ich renne mal hier einfach lang, ne? Wow. Der hat ja mal gerade schweigen gehabt. Oh, ne. Wieder diese Schlammscheiße hier. Einiges an Mut. Geschütz angreifen. Buff. Komm schon. Flup. Fliegt die Waffe weg. Ich will, dass ihr alle deutschen Panzer zerstört. Eieiei. Was war das? Eieiei. Eieiei. Puh. The fuck. Ich stecke vor. Ne, das wird nicht. Das wird nicht, Leute. Das wird nicht, Leute. Shit, 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 shit. Komm, ich steige einfach aus. How to, Alter. How to. Ja, Angriff. Ja, sehe ich. Ja, Digga, mache ich doch hier. Brenn, du Bastard. Boah, die werfen ja übelst krass mit. Ähm, Granaten. Wie fahre ich denn, Alter, Kräuter-Uwe? Das Zugdepot ist gleich erstmal übelst im Arsch, Freunde. So, mal gucken, ob ich den Panzer von hier... War's das? Oh. Jawohl. Das war der Panzer. Und die rennen alle nicht schlecht, ne? Zack, wie hört das Feuer auf einmal auf? Ich bleib erstmal ein bisschen hier. Ich chille. Einer geht noch. Hm. Ich glaube, da vorne habe ich noch so ein... Wie nennt man das? So ein bemannten Wagen gesehen? Oh, hier der ganze Schlamm an den Ketten, ey. Den meine ich. Der hat gerade versucht zu schießen, aber hat nicht getroffen. Oh, genauso wie ich. Du bist auf deiner Seite, nicht los hier auf. Kleinen Missitz. Komm schon. Oh, was dauert es lange einfach? So, jetzt kriege ich ihn aber. Er bleibt stehen. Ey, Alter. Meine Fresse. Vernichten die angreifenden Truppen. Am besten hier in dem Schlamm. Wenn die hier langfahren. Ja, ich weiß auch nicht. Da hinten kommen sie. Soll ich mich eventuell hier ein bisschen verschanzen? Krass, das war der Baum. Wow, der war gar nicht schlecht. Komm schon. Ich schließe immer vor den Bug irgendwie. Der war nice. Der war auch nice. Auch gesessen. Auch gesessen. Nice. Von hier hinten geht es also gut ab. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt zerstören kann mit meiner Munition. Wow. Jo. Krass. Der erste ist down. Ich bleibe nur stehen. Krass. Warum schießt denn der jetzt nicht mehr auf mich? Okay, da ist noch ein kleiner Panzer. Wow, habe ich den anderen komplett in die Luft gesprengt? Da ist noch einer. Da passen Sie ihm noch einen. Ja. So, und jetzt bleibt mir noch der da vorne, oder was? Ich habe auf jeden Fall zwei von den großen platt gemacht. Und einen von den kleinen. Ich glaube, vier Stück waren es. Dann müsste dieser eine letzte kleine da vorne. Wow. Ja, der letzte Überlebende sein. Wer habt ihr nicht drauf? Komm schon. Schieß doch einfach. Versuche, hinter sie zu kommen. Da ist die Panzerung schwächer. Einsatz abgeschlossen. Nice. Und nun? Neues Einsatzziel. Rücke zum Treffpunkt bei Kamm. Kamm drei vor. Ja, komm, ich gehe mal gerade raus. Kann ich nicht, okay. Dann muss ich einmal gerade stehen bleiben und von hier reparieren, weil, ne, auf Hälfte Energy ist natürlich echt beschissen loszufahren. Okay, das sollte ausreichen. Wir fahren einfach weiter. Das ist irgendwie ein bisschen ruggelig davor, ne? Wow. Fahrzeug verlassen. Heiliger Vishnu. Ja, geht so. Sie ist auf die Gasleitung. Sie ist auf die Gasleitung. Das ist übel. Das war's dann wohl mit dem dicken Panzer, oder? Oh. Jo. Krasse Story, ey. Edwards. Edwards. Paul hat draußen sein Krach. Ja, ohne Fahrzeug. Wir laufen. Laufen wir. Alles klar. Nicht schlecht, ich bin begeistert. Tja, mehr als 300 Panzer ist es natürlich echt übel, ey. Einmal später war der Krieg zu Ende. 300 Panzer. Das macht bestimmt einen großen Loch. Durch Morast und Blut. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel auf dieser Kampagnenkarte jetzt freigeschaltet ist. Wenn das jetzt ein so kleines Rechteck ist, dann habe ich auf jeden Fall ordentlich noch zu tun. Es waren aber anscheinend mehrere. Durch Morast und Blut. Habe ich komplett abgeschlossen. Alles klar, das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns mit der Nummer 2 beschäftigen. Einflussreiche Freunde. Mal gucken, ob ich dann schon ein bisschen besser bin. Das war ja ein bisschen lau-rich, sag ich mal, ne? Aber trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal auch gerne wieder ein. Und ja, bis denn, würde ich sagen, ne? Tschüssi. Kofsky.